Ehrlich gesagt, muss ich sagen, wir sind alle blind. Denn wir haben wirklich manche Details eigentlich in den letzten Jahren nur mehr übersehen. Aber eine Karte ist wahrscheinlich schon seit Jahren auch da. Bei Michael. Bei Michaels Fernseher im Schlafzimmer. Wenn ihr genau die Betrachtung anschaut, die Fernseher oder die TV-Geräte, alle eigentlichen GTA-Universum, muss ich ehrlich dazu sagen, sind wir ja fast immer vorbeigerannt. Weil auf diese Details schaut ja kein Mensch eigentlich. Ja, ehrlich gesagt. Auf die Details, dass in einem Fernseher Umrisse vielleicht von einer Landkarte versteckt sein könnte, auf den Gedanken ist ja eigentlich in den letzten Jahren von GTA kein Mensch gekommen. Aber seit Jahren habe ich eigentlich darüber kein Video gemacht. Aber jetzt hat mich einer in der Community gebeten, ich soll das wieder einmal probieren. Aber wenn ihr euch ein bisschen blöd hinstellt und die Lichteffekte spielt, seht ihr eigentlich Umrisse. Umrisse in den Fernseher. Umrisse von einer Karte. Ja, nur eine Mutmaßung von mir, dass das vielleicht Umrisse von einer GTA 6 Karte sein kann.